Gerdan Shaqiri, das neue Jahr fängt an, 2011. Letztes Jahr haben Sie eine beindrückende Rückrunde gestartet. Wenn Sie dieses Jahr wieder arbeiten, hätten Sie einen grossen Vorsprung der Saison. Ja, das kann man so sagen. Wir sind ganz am Anfang der Vorbereitung. Wir werden natürlich gleich wie letztes Jahr wieder Vollgas in der Rückrunde geben und die zwei Titel wiederholen. Was sind jetzt die wichtigsten Konkurrenten um den Titel? Luzern, FCZ, IB? Noch mal jemand? Ja, ich will da nicht gross in die Mannschaft reingehen. Es sind immer Konkurrenten wie Luzern, IB, Zürich. Die spielen immer mit vorne mit. Ich will da gar nicht viel über unsere Konkurrenten reden. Wir müssen unsere Punkte holen. Und wenn wir unsere Punkte holen, dann werden wir auch Meister und Köpfe seien. In der Vorbereitung haben Sie schon zweimal gegen den deutschen Verein gespielt. Jetzt gerade am Anfang Karlsruhe und dann Dortmund. Ist das auch für dich persönlich interessant, wenn du dich immer ein bisschen überspienzelst, vielleicht später mal einen Wechsel zu machen, um die Teams zu kennenlernen, wo es schön und interessant sein könnte? Ja, es ist natürlich immer für den Spieler schön, wenn man gegen grosse Mannschaften spielt. Da ist man natürlich auch ein bisschen im Schaufenster. Und ja, aber ich denke, unsere Mannschaften kennen genug viele Leute. Da muss man nicht viel mal auf den Match schauen.